herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute habe ich den scherzkeks für euch der scherzkeks möchte herausgevotet werden also müssen wir irgendwelche gründe finden um sass zu werden damit wir herausgevotet werden weil dann der grundworte durch keiner außer halt randoms ok also ich hab jetzt hier einen deadbody jemand hat mich vorhin gesehen so ja also ihr könnt selber auch von euch sassen und euch selber voten ja mehr heraus und ab in die erste runde so crewmate weil imposter macht nicht wirklich sinn weil wer will schon aus dem post herausgevotet werden ja also für meine erste runde dachte ich mir wieso fäge ich denn nicht einfach irgendeine visual task also die man sieht dazu meeting ich habe ihnen jetzt noch mal gesagt dass ich medbay scannen machen möchte heißt die laufen jetzt alle rüber zum scanner und ich werde jetzt kennen so ich warte jetzt noch auf die industrie fertig ist habt ihr eigentlich schon das video geliked wenn nein könnt ihr das jetzt gerne machen denn jetzt haben wir gerade zeit so tipp ist es jetzt fertig jetzt bin ich dran ja also wir sind jetzt ein bisschen verwirrt halt weil halt nichts passiert so geht und jetzt einfach weg einfach weg ja also das war super saß so ich bin natürlich rausgevotet hat nichts gebracht ausgebotet gewonnen nächste runde so okay türkis hat gesagt dass er weapons hat also schaden zu wie ein paar astroiden abknallt und schieß das hat man es gerade gesehen war meine stimme ist heute wieder okay also ich habe es gesehen aber ich mache sag mal ich habe es nicht gesehen wieso muss der imposter genau jetzt liegen so nächste runde jetzt was könnte man noch machen um rausgevotet zu werden ich habe ne idee dazu brauche ich einen toten körper so ich suche mal kurz einen und dann kommt da ist jemand lauf 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 so die glauben dass ich habe ich aber nicht ja danke fürs zuschauen heute mal kürzer zuschauen heute mal schau mal schau mal kurz